Du machst die Topfer platt wie eine Spanplatte Bei dir ist höchste Alarmstufe, Warnlampe Mal mir bitte nicht einen Auf-Taliban mit Barthaare Entscheiß dich auf deinen Kopf mit Glasflasche Oder ich schieß sie in die Fresse mit meiner Gasknarre Ich duel dir nichts und lass es sein wie eine Fahrerflucht Weil deine Tranks so fett sind wie ne Frau mit Magasoft Das Ende vom Lied, ich komm aus dem Kriegsgebiet Brutz, ich hage euch, mir egal was für Krisen du schiebst 2018 komm ich wie die Grippewelle, geb euch eine miese Stelle Es ist jetzt vorbei, wenn ich den Brief beende Hier kommt immer der Killer, der Killer, der Killer, der Cheek Bleibe Gewinner für immer, du Spinner Ich geb dir den Gleimstoß Was ist jetzt deswegen ein paarrias Puh rum? Vielen Dank.